Neuer Tag, neuer Booster, Folge 1286. Hallo und herzlich willkommen. Mal schauen, ob uns Mickey Mouse hier heute was Gutes beschert. So, Herr Smee, loyaler erster Mat, dann haben wir Elsa, amtierende Königin, Ginny, stets eindrucksvoll, Aurora, Röschen, Sergeant Tibbs, mutige Katze, Spiegel des Biestes, und die erste ungewöhnliche heute ist Kapitän, Colonel's Leutnant. Wer bin ich? Soll auch ein Lied sein. Müsste, glaube ich, aus Mulan sein, aber das habe ich auch noch nie geschaut. Flynn Rider, charmanter Gauner. Simba, zurückgekehrter König. Marshmallow, hartnäckiger Hüter. Und die Holokarte heute. Nur eine gewöhnliche Fabius, die Stimme der Vernunft. Ja, zum Schluss nochmal das Artwork-Teil. Schade. Aber gut, vielleicht im nächsten Pack wieder was Besonderes mit dabei. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, hoffe es hat euch gefallen und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns. Ich bedanke mich bei euch.